Zeit für ein Duell! Primo! Okay! Wir nehmen heute mal Blatt von dir! Ach, gewinnen sogar! Sehr schön! Auf geht's! Können wir als erstes anfangen? Let's go würde ich sagen! Dann schauen wir unsere Karten einfach mal an! Was wir Schönes bekommen! Und dann los! So, was haben wir denn schönes? Okay, wir haben ein bisschen Strom davon! Copycat! Babuco! Kapanzte Biene! Und Fallene Pfanne! Gut, Fallene Pfanne können wir mal legen! Babuco können wir auch mal legen! Und gepanzte Biene! Jetzt mit einem Eingriff! 1600! Und wir haben auch den schönen Effekt von gepanzte Biene! So, Primo! Du bist dran! Was machst du? Okay! Ein bisschen Strom davon! Können wir aber gleich... Nö, das können wir ja... Das ist in Ordnung! Das ist ja eine feine Entfernung! 1800! Okay! Nicht schlecht! Da können wir mal Babuco aktivieren! Dann kriegen wir keinen Schaden! Und er kann uns auch nicht angreifen! Und wir können gleich gepanzte Biene benutzen! So! Okay! Nicht schlecht! Aktivieren wir mal! Zerstellen erstmal seine Karte um! Jetzt benutzen wir Copycat! Kopieren seine Karte! 1800! So! Haben wir 1800 hier! Dann aktivieren wir den Effekt von gepanzte Biene! Dann setzen wir den Monster um die Hälfte jetzt mal runter hier! Zack! Und greifen mit gepanzte Biene einfach! So! Zack! Gib ihm mal! 700 Schaden! Bam! Und 1800 her! Mit Copycat! Da gibt es auch Lebenspunkte! Primo! Ah! Was sagst du dazu? Wir haben zwei starke Monster! Und du hast kein Monster! Da musst du jetzt mal zusehen! Dass du was Gutes legen kannst! Okay! 2.600! Hat einen Effekt! Oh! Kann unser Monster auch runtersetzen! Nicht schlecht! Okay! Wir haben ein bisschen Schaden bekommen! Kein Problem! Wir haben nochmal gepanzte Biene! Oh! Sehr schön! Können wir auch mal legen! Dann können wir zweimal den Effekt ausnutzen! Einmal den Effekt auf dein Monster! Dann nochmal den Effekt! Und nochmal auf das Monster! Hat er jetzt nur noch 400 ADK! Und wir greifen ihn dann! Gib ihm erstmal 1.200 Schaden! Und 1.600! Direkt auf Lebenspunkte! Primo! Bam! Mit zweimal gepanzt Biene sind wir! Und Schlagbar sag ich mal! So! Und? Hast du noch ein Monster? Was du legen kannst? Was machst du? Okay! Legst ein Monster! Wir wissen, dass er keine Fallenkarte da oben hat! Oh! Wir haben noch das Horn! Das Horn können wir mal aktivieren würde ich sagen! Setzt mal auf unsere Biene rauf! Na komm! Greifen wir mal mit! Gepanzt Biene! Zweiten! Erstmal auf der... Uh! Er hat seine komische Ratte hier! Oh! Possum ist das! Und 2.300 Schaden! Trägt aber Lebenspunkte! Bäm! Primo! Hast du noch 4 an Lebenspunkte? Ha! Wenn du jetzt nichts machst du, haben wir gewonnen würde ich sagen! Das tue ich! Und was machst du jetzt? Und? Du beendest den Zug! Primo! Das war dein Fehler würde ich sagen! Wir haben mit gepanzten Biene instant gewonnen! Vielleicht auch Lebenspunkte! Bäm! Und wir haben gewonnen! Primo! Damit hast du gekrechnet, ne? Dass wir zweimal gepanzte Biene haben und den Effekt ausnutzen können! Gute liebe Freunde! Ich bedanke mich erst mal wieder, dass ihr dabei wart! Gebt euch ein Video und Daumen hoch, wenn ihr es euch gefallen habt! Abonniert den Kanal! Aktive Gocke! Ich würde mich mega freuen und mich mega schützen! Ich würde mich mega freuen, wenn ihr jetzt nächstes Mal dabei seid! Dann bedanke mich erst mal und sag auf Wiedersehen! Ich habe gesehen, du warst noch nicht aufhinein, aber los jetzt!